Ja, weil ich glaube, ey, lass mal ganz kurz Stiltfeller probieren und ich versuche das durchzuspielen, weil ich glaube, wir sind im letzten Level oder im vorletzten, weil da steht ja so this is the end oder so oder the end is near und dann spielen wir Bannerlord oder direkt Bannerlord. Mann, okay, ich setze mir eine Deadline. Ich sage, nicht länger als 20 Minuten Stiltfeller. Mal log out. Ja. Ich rücke mich mal kurz ein. Sekunde. Was ist denn da los? So, wir loggen uns wieder ein. So, mental scheiße, mental mimikri Passwortbaum 123 Also Häuser können schon richtig geil sein irgendwie, oder? Nee, nicht bis Mitternacht. Ich will auf jeden Fall Bannerlord weiterspielen auch. So. Stiltfeller, let's go. Wipp oder rip, dass du es bis dahin nicht schaffst. Sag mal, haben wir jetzt bei jedem Szenenwechsel Ja, das finde ich gut. Maurice, aber wenn es ein Bug ist, lass den mal. Das ist ja richtig geil. Wie lange bleibt er jetzt? Bleibt er die ganze Zeit? Okay, dann spielen wir halt jetzt so. Die End ist Nja, nein. Okay, wir sind gerade in diesem Level. Es sieht alles ein bisschen abgespaced aus. Okay, warte mal. Wie krieg ich denn das weg jetzt, ey? Ah! Okay, so. 20 entspannte Minuten liegen runter. Ich meine, das Level wird ja wohl schaffbar sein in 20 Minuten, oder? Manchmal stelle ich mir vor so Sachen, die oh fuck so Sachen, die ja nicht 100% sicher sind wo man ja irgendwie was so irgendwie Skill reinstecken muss und dann macht man so ein Definity wie zum Beispiel so irgendwie ein PUBG ein Chicken-Dinner holen oder ein Level schaffen hier in Stiltfeller das kann ja auch theoretisch sein, dass das niemals passiert also es könnte ja theoretisch so sein dass ich niemals dieses Level schaffen werde weil es einfach nicht klappt also weil einfach ich krieg's einfach nicht hin oder? Oder kann das nicht sein? Also die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer umso länger ich spiele aber es könnte sein also Definity nein okay, wenn das Ding das nächste Mal angefangen kommt, dann springen wir rüber okay, Chat? okay, das war ein saftiger Sprung kommt das? oh ey, die Idee war gar nicht so scheiße oder? dieser Moiré-Effekt was ist das? okay okay ey, wir kriegen den jetzt sofort wir gehen jetzt sofort rüber wenn er mich lässt er lässt mich nicht ich bin zu langsam fuck doch Matteo du würdest es irgendwann schaffen ich zitiere aus Wikipedia das infinite Monkey Theorem auch Deutsch Theorem der endlos tippenden Affen besagt, dass ein Affe der unendlich lange zufällig auf einer Schreibmaschine herumtippt fasst sicher irgendwann alle Bücher in der Bibliothek Nationale de France der Nationalbibliothek Frankreichs schreiben wird nee nee abstoßen ja, ich kenne das auch mit dem endlos tippenden Affen aber ich bin ja nicht endlos mein Leben endet irgendwann ich ende irgendwann das heißt, ich habe nicht unendlich viel Zeit das heißt, in meiner in meiner finiten Zeitspanne die ich auf diesem Planeten bin könnte es sein dass ich dieses Level niemals schaffen werde super, man was ein Save war das denn bitte? was für ein Save war das bitte? warte hey, warum? warum lässt er mich sterben? das war voll gut, oder nicht? hey, what the fuck? ich will mal den Streamtitel ändern zu tief ja, aber komm wir machen so Speed ja, wir könnten aber das ist es, glaube ich Rüdiger nicht so tief ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen Wie soll ich denn da wieder wegkommen? Das Ding schiebt mich doch die ganze Zeit, oder? Muss ich da oben drauf reiten? Okay. Okay, so, wir stellen uns mal hier vorne hin. So, jetzt kommt er. Boah, abgestoßen wie ein Pro. Da muss ich breitbeinig drauf stehen. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Start hier immer mache. Das ist halt komisch, aber okay, das funktioniert. Jetzt nach hinten. Ja, ich drücke volles Rohr nach hinten. Wenn ich ihn nach hinten drücken würde, würde ich halt voll wegfliegen. Ich muss voll krass schon gegen korrigieren. Okay. 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 Wir chillen. Wir chillen auf die nächste Phase. Wir warten auf die nächste Phase. Okay. 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 Habe ich ein Ding gemacht? Ich raff das nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Das Level kann man nicht lösen, oder? Ernst gemeint, ich habe mir ziemlich köstlich. Das freut mich. So, okay. Chillen, wir chillen hier. Wir gehen mal in die Hocke. Dann kippen wir nach vorne und wir schießen uns ab. Okay, never mind. Ich kann mich noch nicht abschießen. Eine Runde muss ich noch warten. So, okay, wir warten hier. Oh! Ich will auf dem stehen, genau. Breitbeinig? Nein! Doch. Breitbeinig, 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 breit, 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 breit. Also, nee, das geht nicht, oder? Ich muss das andere, da muss eine andere Technik ran. Oben eventuell eben Superman drüber. Stimmt, wir müssen uns einmal schieben lassen und dann nach oben weg springen, oder? Ganz am Rand landen. Vielleicht, an die Kante, okay. I try. Oh, was, wenn wir direkt reinfliegen? Lass mal direkt reinfliegen. Das ist wieder nicht die Kante, aber ist egal. Erstmal. Oh, ist zu spät. Warte. Ja, aber das wär's gewesen. Guck mal, ganz nach oben. Und dann rüber schieben lassen. Shit. Kann ich hier direkt einfach rüberfliegen? Guck mal. Oh, guck mal, ey. Okay. 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 Komm, hol mich. Hol mich. Und bist du langsam. Hol mich doch. Ja. Flug. Oh, ja. Das war zu früh. Das war zu früh. Noch mal zurück. Zurück. Okay, der meint. Wir gehen voll rein. Wir gehen doch voll rein. Wir stellen uns auf. Wir stellen uns auf. Warten. Wir warten einfach in der Luft. Beine breit. Oh, wird das gut? Blumen hoch. Guck mal. Ich habe ja gerade hinbekommen. Warte. 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 hier. Ich muss jetzt schon rüber. Eigentlich muss ich jetzt schon rüber. Beine breit. Nee, ich habe einen Fehler. Wir fliegen hinterher. Turbotsündung. Geht doch nicht. Oh, fuck, ey. Direkt rüber mit Schwung? Ja, vielleicht das, vielleicht das. Wenn man so ein bisschen, ey, ohne Scheiß, wenn man wirklich hoch ist, dann kann man eigentlich einfach direkt rüberfliegen eigentlich. Wir müssen warten, eine Runde. Ich schaffte nicht. Diese Runde schaffe ich nicht. Hallo? Ich will nach vorne. Vorne. So, jetzt. Breite Beine. Breite Beine. Nee, 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 ich habe keinen Ohr. Vorwärtsdrall. Shit. Auf YouTube gibt es einen Speedrun. Alle Level in 37 Minuten. 37 Minuten ist ja voll lang. Dann bin ich ja noch in der Zeit. Okay, lass mal in den Drehpunkt gehen. Vielleicht bringt das ja was. Nee, bringt nichts. Jetzt nach vorne. Ey, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ey. Okay. Hm. Matteo wird die Lösung irgendwann aus Versehen rausfinden. Genau das ist ja mein Ziel. Das ist ja mein Ziel. Aus Versehen ins Ziel zu rutschen. Okay, wir chillen hier. Also doch unendlicher Affe. Ja, ja. Sowieso. Mein ganzes Leben ist unendlicher Affe. Ich komm nicht mehr ab davon. Was soll ich tun? Hm. Über die Kante oben. Alter, wisst ihr, wie schwer das ist, die Kante zu erwischen? Das ist unmöglich für mich, glaube ich. So, da kommt die Kante. Kann ich die... Hm. Ganz oben am Rand landen. Am höchsten Punkt abspringen. Ja, das Abspringen geht nicht, weil das Ding schneller ist als ich. Ich kann mich davon nicht lösen. Okay, lass mal hier so. Wir warten einfach hier auf die Kante. Junge, das ist es, maybe. Ich flieg jetzt hinterher. Da bin ich mal hinten drauf. Das war nur Glück. 100% Glück, dass ich da so drauf gekommen bin. Also ich weiß, was ihr meint. Ihr meint es genau so. I know, I know. Aber es war 100% Glück, dass es gerade funktioniert hat. Der Affe hat gerade aus Versehen das Intro geschrieben oder den Prolog geschrieben vom Buch. Die Buchüberschrift hat er gerade geschrieben. Okay. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Hä? Hä? Wo lande ich hier? Wo bin ich? Oh mein Gott. Nee, das ist gar nicht... Oh. Ey. Ey. Der Affe hat einen kompletten Shakespeare geschrieben. Oh. 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 Geil, Mann. Wir haben... Wir haben ein neues Item. Void Stilts. Okay. Wir haben neue Stilzen. Wir sind auf Platz 409. Wir sind Top 500 weltweit. Okay. Nächstes Level. Ein Hoch auf den Affen. Ja, Mann. Wurde gerade ein bisschen schlecht. Leute, was ist hier los? Was ist das? Ich weiß nicht, wie lange ich das spielen kann, ohne dass mir schlecht wird. Die muss da rein, oder was? Okay. Was passiert hier gerade? Chet? Was passiert hier? Chet? Oh! Ich bin bei den Finals, was ist mit diesem Spiel los, wie krass ist denn dieses Spiel? Okay, dann spielen wir jetzt die Finals. Oh, was geben wir noch Zeit? Kommt sie da runter? Kommt sie da runter? Ah. Warte mal, ich kann hier einfach weiterlaufen? Okay. 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 Nächstes. Dann werden wir es schaffen da rüber, oder? Dann werden wir es da rüber schaffen, wir sind ja krasse Pros. Hey, war gut? Okay. Ja. Soll ich sagen? Okay. Aber stell dir vor, das wäre echt die Weltmeisterschaft, die Leute gucken hier zu und dann... gut. Ach komm, da waren wir gerade drauf ey. Okay. Jemand will auf Steam was von dir, Matteo. Warte. 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 Okay, nevermind. Wir gehen trotzdem rüber. Check! Zeit! Okay. Zettel! 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 Wir gucken mal, ob wir unten noch trotzdem rüberlaufen können. Ey, aber das ist schummeln. Meint ihr das schummeln? Darf ich das nicht? Ich will nur noch dieses Level. Okay, ich muss normal machen, glaube ich. Ja, das ist gut, das ist ein guter Run. Ja, das war gut. Das schleudert mich da einfach durch. Shit, shit. 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 Fuck. 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 Fertig. Ok Chad, wir kommen. Wir bestehen. Der ist gut. Ok, aber... Das war denn der Ultra-Style-Punkt. Ok, das hat noch nie jemand cooler gemacht als ich, bitte, oder? Oh mein Gott. Ok, warte, warte. Ok. Ich kann nicht springen, das war meine einzige Schwachstelle in dem Spiel. Das kann nicht springen. Er kann hier gar nicht starten, dann muss er schnell sein. Fuck. Oh, wir können ja sogar... Ja. Ja, das ist gut, das ist gut, wir sind gut in der Zeit. Okay, der war gut. Okay, ich gebe mir auch hier eine Deadline. Ich gebe mir hier eine Deadline, ich will ja Benalot anspielen. Sagen wir noch 5 Minuten dieses Level. Dann geht die Saga von Mount Mantle weiter. Komm, let's go. Ich habe nichts berührt, das wäre es gewesen, Mann, ey. Fuck. Fuck. Ja. Gib's mir doch! Weitbeinig aus Katapult. Ja, wenn ich hinbekomme, ja. Ja. Woo! Okay, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Zurück, 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 zurück. Ja, ja, ja. Ja, okay. Okay, 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 wir fliegen vorne rüber, vorne. Oh, okay, warte. Man stellt sich fest. Chad Bunnel, stellt sich, hängt in den... ... 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 Ok, letzten 5 Versuche. sehr gut gut okay gut 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 vorne 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 airtime 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 nach vorne safe dass die klauen mir versuche mit dem doch man Okay, das klingt gut, okay, liegen gut, 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 jetzt nach vorne. Ich glaube, der Salto war noch das Safeste, aber Salto sollte man eine Standardmethode werden. Da bummst der mich von hinten und von vorne durch. Okay, wir stehen. Der sieht gut aus. Lampen drin. So, jetzt. Vorwärtssalto, Vorwärtssalto oder was? Vorwärtssalto. Oh, aber ich glaube, der Vorwärtssalto ist es. Ich glaube, der ist es. Hier, letzter Versuch. 0? Habe ich keine Versuche mehr? Jetzt zählt dieser Versuch hier nicht mehr, Chad. Zählt dieser Versuch hier nicht mehr? Zählt dieser Versuch hier jetzt nicht mehr? Der zählt nicht, oder? Okay. Gut. Dann war es das mit Stillfeller. Schade. Aber dann müssen wir versuchen, beim nächsten Mal den aktuellen offiziellen Weltrekord aufzustellen für dieses Spiel. Das macht Bock wieder, das Level. Das Level ist wieder richtig geil. Okay. Gut. Dann lass mal...